Der Moment in den letzten Jahren Der Moment im Auftrag des ZDF Der Moment im Auftrag des ZDF Heute kommt unser Kategorium der Dennis Jeffanovic Hallo! Ich bin heute bei der Gelegenheit von der ZDF Immerhin keine Angelegenheit in der Mitte. alles durchdacht haben rechts war der Christian Schweinsteiger, der 2 im Laufe der Saison hatte 8 Minuten ich meine, das ist Verlängerung ja scheiße scheiße ja, aber ich kann das scheiße scheiße ja er ist wohl schon ich schlafe 6 1 2 2 12 8 10 10 Vielen Dank.